Hallo liebe Freunde des schlechten Geschmacks, hier bin ich wieder neu, mit einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch was anderes. War ein Mikro gewesen, hier im Detail hinter dem Vertrauens und schlinderische Regale und was habe ich gefunden? Das! Heuschrecken. Heuschrecken. Mehlwürmer. Witzigerweise hatten sie noch Grillen, aber die habe ich schon mal da gelassen. Also, gesagt, getan, ich habe es mitgenommen und habe mir gedacht, für was, was machst du eigentlich mit den Dingern? Ja, zum Glück hat es noch eine Hausanleitung mitten drauf. Man kann es ja als Snack benutzen, zum Kochen, zum Backen. Also Heuschrecken, habe mir gedacht, machen wir doch einen Snack. Das ist jetzt Sonntagabend und dann habe ich mir das gezaubert. Was haben wir denn da? Eine Krille, vielleicht fehlt mir eine Heuschrecke. Netterweise haben sie schon die beiden entfernt, weil die sind ziemlich gruselig, aber riechen nach dem Öl, den ich sie angebraten habe. Nach Gewürz. Also, probieren wir sie. Cheers! Wow! Wow! Hat was von Chips. Lecker! Jetzt noch mal so einen Regenwurm, äh, so einen Mehlwurm. Einer. Zwei, fünf. Super geil! Na, was denkst du? Willst du auch einen haben? Guck mal. Fein. Also denn, gut magst du auch. Ich wünsche euch was. Ciao!